Hallo, leider muss ich mitteilen, dass bei der ersten Aufnahme für das Let's Play die kompletten Audiospuren des Audiokommentars von mir kaputt gegangen sind. Im Nachhinein weiß ich zwar nicht, warum das technisch passiert ist, das Outer City hat einfach die Wave-Dateien nicht vollständig exportiert, sondern von der ersten Let's Play-Aufnahme-Session blieben knappe anderthalb Stunden übrig und von der zweiten Session blieben knappe drei Stunden übrig. Da aber zwischen den Sessions über fünf Stunden fehlen und von der End-Session fehlen knappe acht Stunden, macht das keinen Sinn. Dadurch haben wir beschlossen, dass wir, auch wenn die erste Season jetzt nur zwei Folgen lang war, es für alle Beteiligten, vor allen Dingen für euch als Zuschauer, besser ist, wenn wir das Ganze neu starten. Somit ist jetzt an dieser Stelle nach zwei Folgen Schluss. Es tut mir sehr, sehr leid, wir hatten Videomaterial für 37 Folgen aufgenommen. Andererseits haben wir bei den Aufnahmen auch festgestellt, dass wir oder ich als derjenige, der es kommentieren muss, vielleicht auch den Fehler gemacht haben und nicht genug gesprochen haben. Es waren sehr viele Passagen dabei, die einfach sehr lange, sehr ruhig waren und das wäre vor allen Dingen dann in der Zeit, wo ich anfange, die Basis zu bauen und wo ich stundenlang mit der Texturierungspistole und der Farbpistole rumrenne, wahrscheinlich eher langweilig geworden. Wir werden jetzt tatsächlich neu starten. Ich habe eine kleine Änderung an der Konfiguration vorgenommen, damit die Jungs, die auf Oskutun starten, die nicht die ganze Zeit beim Let's Play dabei sind, sondern eher so als zusätzliche Fraktion später auftreten. Damit die in ihrem Asteroidengürtel noch Satium finden und noch einen Mond haben, dass sie ein bisschen besser agieren können. Und ja, damit werden wir dann einen Neuanfang wagen. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt dieses Video erstmal hochladen wollen, damit ihr wisst, woran es liegt oder was los ist. Und wann jetzt die nächsten Folgen kommen, kann ich damit auch nicht genau sagen. Wir werden mehr oder weniger im Anschluss ans Hochladen dieses Videos die erste Session der neuen Season dann aufnehmen und dann schauen wir weiter. Ja, tut mir leid, aber es ist wie es ist, ich kann es nicht ändern und somit hoffentlich sehen wir uns dann beim zweiten Versuch wieder. Tschüss!